Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu, ja, hm, gekleidet, angezockt oder getestet. Ich werde mir noch etwas überlegen. Und zwar wurde ich angeschrieben, und zwar, ob ich nicht Journal of Life testen möchten, tun, denen. Und zwar von Imperium Studios Limited. Ja, ich weiß, das Spiel ist schon eine Weile raus. Ich glaube, das kam 2018 raus. Das ist immer noch in der Early Access, aber da ich ja Survival-Spiele eigentlich, ja, ziemlich mag, ist es genau das richtig für mich. Und vor allen Dingen, äh, es ist gerade in Sonne. Ich glaube, das kostet nämlich sonst 12,49 Euro. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube doch. Und, äh, das ist jetzt gerade in Sonneangebot. Und zwar für 9,36 Euro, so ungefähr. Ja, müsst ihr mal gucken. Das geht bis zum 15., glaube ich. Und ich sag mal so, 1,2 Euro sparen. Das kann ja keiner, was dagegen haben, ne? Das Dumme ist, ich glaube, ich muss das Video als Werbung markieren. Weil ich ja das Spiel sponsert gekriegt habe. Naja, eher. Äh, auf jeden Fall erstmal richtig große Dankeschön an Imperium, ne? Äh, äh, ist mein erstes Spiel, was ich geschenkt gekriegt habe. Also. Also, wir starten gleich ein neues Spiel, ne? Wir wollen ja nicht so lange. Ich hab bloß kurz drin geguckt. Äh, es wird kompliziert und schwierig. Und ich hoffe, dass es läuft. Wir werden sehen, wir werden sehen. Und wir werden auch sehen, wie dumm ich mich anstelle. Hihihi, es wird lustig. Hoffe ich doch. Und ich hoffe, dass es allzu klappen tut. So, wir starten... Oh, also das sind wir. Skin Farbe. Ja, ein bisschen braun überhandelt. Gib mal, wir sind doch hier... Äh, das passt doch ja. Ich geh Urlaub, der auch Urlaub. Aha. Also quasi. Ich hab das jeden Tag vor meinem Urlaub gekriegt das Spiel. Haha. Passt doch. Äh. Welche Haare? Was ist denn hier los? NVIDIA, was tust du? Äh. Haare. Also, ich seh da keine Haare. Ui, 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 ui. Zausel, zausel, oder wat? Ach komm. Aber ein Bart. Mustache. Äh, okay. Wolverine. Naja, wir sind ja im Dschungel. Das ist ja nicht mehr so schlecht. Haha, ich wollt schon immer... Äh, ja. Wolverine sein. So. Hier, das lass ich also. Wir starten einfach mal das Spiel und dann ist es gut. Ja, und die lange schnocken, ne? Koppinocken, ne? Oh, Alter, die Maus, die ist, äh... Alter, ich hab die jetzt so volle Bambule. Und ich muss sagen... Ich weiß nicht, wie ich es vorher ausgesehen hat. Äh, äh... Es geht. Es sieht ja nicht mal so schlecht aus. Jetzt müsste ich bloß wissen, was ich machen muss. Okay, da steht ja... B-B-B-Basic-Tutorial. Kraft ein Rucksack. Äh, wie mach ich denn das? Steht das hier irgendwo? Moment mal da. Inventar. Herstellung. Da ist es doch. Herstellung, Rucksack. Da brauch ich eh mal hier so ne... Aloha-Blätter. Äh, ja, wo krieg ich denn die her? Stöcke, wiss ich auch noch nicht. Und, äh... Schnur. Also Fasersäle. Die kriegt doch bestimmt... Kann man hier draufkloppen? Wird das? Okay, das ist kein Verbrühe-Spiel. Da, da... Ah, sie sieht da da... Und, warte, da... Es hat eben geklackt. Und schon setzt die Paranoia ein. Es löft. Noch ein Stein. Jetzt hab ich da zwei Steine. Ist aber nicht das, was ich sammeln sollte. Äh... Ich kann mir auch vorstellen... Dass ich erst mal ein Werkzeug brauch. Wenn ich weiß, wie das geht. Das ist nämlich ein Problem. Ich weiß das nämlich nicht. Hallo! Was ist denn da? Da! Das sieht doch aus wie Aloe Vera. Hallo Vera! Was mach ich denn nun? Soll ich jetzt die sammeln? Ich glaube ja. Aber irgendwie lässt der das alt fallen. Ich glaube, der macht den bloß kaputt. Und der muss sich einsammeln. Gut, weiß ich Bescheid. Biescheid! So, jetzt hab ich Blätter. Ah! Ja, ein schön kleines Inventar, wa? Ich licht den mal weg. Hab ich das jetzt weggelicht? Ich licht den mal an, ja. So, da. Das hab ich auch gesammelt. Ach so, das wird gleich so angezeigt. Das ist ja krass. So, Werkzeuge. Äh, wie mach ich denn jetzt hier die Fasern? Ganz einfach. Steht da vorne drauf. Fasern herstellen. Drei Stück. Crafting. Seht! Ich hab eine Schnur gemacht. So, jetzt hab ich eine Schnur. Wo ist denn die? Da ist er. Ich hab eine Schnur. So. Jetzt brauch ich bloß noch, äh, hier Holz. Ne? Genau. Zwei Stöcker. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Äh, hier. Ich mach das mal kaputt. Was soll doch schief gehen? Da! Ist doch was gefallen. Da segne ich doch. So, was ist denn was hier? Das ist es nicht. Da. Das brauch ich. Dann machen wir das nochmal. Das ist denn das? Krass. Äh, das kann ich ja dann halt mitnehmen. Weil, ich hab ja bald einen Rucksack. Ich hoffe, äh, jetzt kommt nicht irgendein Tier von hinten und nimmt uns erstmal eine Runde ran. Das wär nämlich schon cool. Da, da sind noch mehr Fasern. Und Holz. Ich hab Holz. So, da. Fasern. Nimm das, du, du. Achso, hielt ja ja nicht. Ich hab wahrscheinlich ja nicht so viel Platz. In Inventar. Da. Kann ich das jetzt auch so craften? Jätet? Et jätet. Ich muss das noch nicht in meiner Hand haben. Wie cool ist denn das? Äh, 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 äh. Sehe da? Ich mach neue Schnur. Jetzt hab ich acht. Okay, ich hab ja acht Schnur gehabt. Also Schnur ist das wenigste, äh, Problem. Äh, das kleinste Problem. So, ich hab jetzt das da. Jetzt kann ich mir einen Rucksack machen. Jetzt bin ich gespannt. Pass auf, zwei Felder mehr. In Inventar. Ha, ha, ha. Das dauert ja nicht so lange. Naja, ist ihm vielleicht noch ein Rucksack, ne? Machen. Das dauert ein paar Sekunden. Aber hey. Alles, was... Oh, das geht. Das geht. So, warte mal. Ich kann das doch jetzt hier. Dann brauch ich nämlich das nicht. Hier, äh... Bleibt das. Etatswehr-Stack für Steine. Das ist ja ein schön... Hort. Aber hier, äh, fünf... Nee, ich wollte grad... Kann ich das nicht alle... Na, je, doch. Aber fünf würde ich hier so tragen. Ne? Nee, viere. Naja. Gut. Knut. So. Ich habe einen Rucksack. Was ist das nächste? Äh, Kraft in der Axt. Naja, das kriegt er hin. Ich bin doch grad im, äh, Wandel. So. Äh, eine Axt. Wo ist denn die? Da. Du siehst aus wie eine Axt. Da brauche ich... Wie mache ich denn das? Also, das kriege ich hin. Das habe ich. Äh. Spitze, scharfe Stein. Dazu brauche ich eh mal normalen Stein. Und eh mal den Stein, den ich machen soll. Hä? Gibt's... Ach, nee. Das ist ein Unterschied. Ich sag da... Ist bloß dasselbe Wild. Aha. Naja. Da ist ein bisschen... Handlungsbedarf, ne? So. Wo finde ich denn die? Das hat schon wieder geknackt. Ich glaube, das bin ich. Ich glaube, das bin ich. Ich mach mal kurz... Ach so, ist er schon auf 24. Tatsache, das bin ich. Ich hält. Ich zucke bei allen zusammen. Das macht doch was. Was ist denn das? Ach, das ist der Baum. Ich wollte gerade sagen. Der Stein heißt aber komisch. Gut. Ich sag mal, der Boden ist ja schön kahl, wa? Da ist ja ja auch kein Gras. Muss ich das da hinstellen? Ich will jetzt nichts kaputt machen. Ich geh davon aus, weil die Tropen sind hier auch viele fiese, fiese Tiere. Deswegen bin ich erstmal ein bisschen vorsichtiger. Das ist ein Titter. Es schwebt. Kommen sie hier rauf? Oh, nee, nee. Oh, nee, nee. Da hab ich aber Schwälen gehabt. Ich hab beinahe die Hachsen gebrochen, Alter. Frisch angekommen? Tod. So. Ich hab bis jetzt immer noch keine anderen Steine gesehen. Hm. Dit ist aber merkwürdig. Ik geh einfach mal hier lang. Ik geh mal so wie bei Ark oder so. Dit ist ja... Verdammt nochmal. Da. Da ist ein Stein. Du siehst. Bist du anders? Thomas anders? Nein, das ist ein massiver... Da ist er! Da ist er! Ich hab ihn. Und eine Feder. Nimm ich mit. Und noch... Nee, noch ein Stein. Ach, was soll's. Nichts auf der Tasche, aber erstmal Steine schleppen. Mit Luft. So. Da. Ein Schaberstein. Na, den Schaber mal. Ist der fertig? Hab ich den jetzt gemacht? Ich geh mal davon aus. So. Werkzeug. Eine Axt. Hab ich. Juhu. Cool. Jetzt brauch ich bloß noch Holz. Holz. Alter, ich hab hier 20.000 Holz, ne? Äh. Na ja. Eben nicht. Sag mal. Hallo? Dann machen wir mal hier. Klub. Klub. Geht das schneller weg jetzt so ein Dingsher? Und ich müll doch grad mein Müll... Äh, mein Müll. Mein Rucksack will dazu. Gut. Okay. Craften. Herstellung. Ne Axt. Da tu ich doch. Ich hab da alt mit bei. So. Seht, ich habe Axt gemacht. Gut. Das nehm ich alt mit. Kann doch nicht schliegen lassen. Na, komm her. Das nehm ich auch mit. So. Nächste Ding. Ja, ist ja der Hammer. Ich soll den Hammer machen. Da fehlt mir Holz. Sag mal, kann ich jetzt hier mit den Knüppeln hier ran und dann so, äh, krawumse, Holz? Weil, für was soll ich denn sonst ne Axt nutzen? Ne Kokosnuss. Süd, ich kann auch essen. Und ne Palme. Ich, ich wedel mir jetzt grad ne Palme. Ja, für irgendwas wird das schon gut sein. Klebe, Moment, ich muss mal hüstel, hüstel. So. Bin will er da. So, was ist denn denn das? Jetzt kann ich doch hier. Ne, kann ich nicht. Ich kann bloß Holz aus dieser kleinen Strippe machen, oder wat? Kann ich mir echt nicht vorstellen. Gut. Gut. Aber wat ich mir vorstellen kann, und wat ist, äh, sind's wie Schuhe. Na gut. Ik mach mir ein Stück Holz. So, da haben wir dich doch. Komm her. Ik brauche dich doch. Ik brauche dich für den Hammer. Ist ja der Hammer. Schalte eine Werkbank frei. Na, will ik ja machen. Rat mal, warum ik dat hier alet mache. Kreuzhefix. So, ik hab jetzt nen Hammer. Wow. So. Ne Schaufel. Pfff, 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 warum brauche ik jetzt ne Schaufel? Ik mach die einfach. Nee, frage. Einfach machen. Aber so langsam, äh. Platzmangel. Alter, jetzt brauche ik schon wieder so nen Stein. Na gut, dass wir den letzten Mal so gut gefunden haben. Äh, so schnell, mein Dick. So, warte mal. Ik mach den mal hier rin. Alter, ik hab bloß Müll mit bei, wa? Ik geh mal davon aus. Hier, samm. Oh. Okay. Gut. Ik hab die Ducke-Taste gefunden. Gut. Ah. Stimmt. Hast ja auch zwei Hände. Kannst auch zwei Sachen tragen. Juhu, töten noch mal. Ach, Alter. Ik zuckel mal zusammen, wenn ik mich hier selbst irgendwo rascheln, äh, oder sonst noch töre. So. Ich komm hier nicht hoch. Ik bin, äh, beleidt. Hui. 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 Schön. Ik hab wenigstens Körper. So. So, warte. Ich muss doch hier hochkommen. Okay. Ik muss doch irgendwann meine Hütte und so bauen. Das sieht aber komisch aus. So. Dit is ne Steinplatte. Gut. Ik nehme diesen Stein und leg den erstmal ab. So. Wat bist du? Ah, ik kann... Ist das der? Ik geh mal davon aus, dass er der ist. Ach so. Steht ja auch da in der Nähe. Ik geheld. Okay. Okay. Steine sind hier ziemlich, äh... Ra. So, hier ist nischt. Dann zieht er mir hier Arbeit gespart. Hätte ich doch gleich so nachkicken können. Äh. Aber Steine sind hier wirklich mau, wa? Sollte man nicht loben. Hallo. Ich brauch einen Stein. Ich kann ja wohl nicht wahr sein. Hallo. Er verzweifelt dann an der Suche an ein Stein. Hehe. Sollten wir mal mit Seven Days verkuppeln. Da hab ich hier noch Steine. Ey, der kann doch nicht so schwer sein, einen Stein zu finden. Hallo? Schließlich... Hier, da ist ein Berg. Der besteht bloß aus Stein. Hm. Kann nicht mein Kerl. Ich solltet nicht probieren, wa? Aber da ist ne Insel. Ich kann schwimmen. Ist das so gut? Ich bitte die Haie. Ich will wieder raus. So. Ich war Bahn. Na nu, na nu. Na nu. Alter, 200 Stunden hier, äh, schon unterwegs. Und ich find noch nicht mal einen Stein. Et löft. Da, 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 da. Bist du? Bist du du? Ich weiß nicht, ob du du bist. Aber da ist ne Feder. Da sind so herzfähig. Warum denn nicht den ganzen Stapel? So, du bist aber so ein Stein. So einen brauche ich nicht. Tschüssi. Ich brauch den großen Bruder. Oder den mittleren Bruder. So, der ist auch bloß ein kleiner. Das ist ja schon schwierig, hier so einen Stein zu finden. Okay. Besteht auch die Möglichkeit, dass ich mir bloß so dumm anstelle. Aber hey. Da ist doch ein Stein. Ist nicht der Richtige. Da ist ne Krabbe. Das war die Krabbelt. Ist ne Krabbe. Ein Tier. Ich hab Tiere. Ich hab Tiere, aber keine Steine. Na, kurz die Fix. Äh. Ich geh mal da oben hin. Wird wahrscheinlich unser Tod sein. Da wird ein Puma oder ein Tier oder sonst irgendwas lauern. Und... Ich komm doch nicht mal hier hoch. Ich glaub, wir sollen bloß unten sein, wa? Ich geh mal runter. Akkunde hier diese Insel. Hm. Könnte sich ein bisschen schwieriger gestalten, mein Dick. Äh. Ohne da hochzukommen. Aber geh doch mal. Hier ist doch ne... Ist doch... Hallo. Das mach ich doch mit links. Äh so. Normalerweise. Nö. Will nicht. Ich will nie. Und jetzt ruckelt es. Hör bitte auf zu ruckeln. Ich mag kein ruckeln. Aber geh mal da hinten. Ist ziemlich flach. Pass auf. Ein geborener Tod. Ah, dein Wasser ist mehr los als hier. Was ist denn da los? Ich will doch bloß einen Stein. Also den richtigen Stein. Gibt es hier Einwohner? Was sind denn hier meine Gegner? Das ist ich auch nicht. Oder? Auch nicht. Ja, kurz die Fix. Das ist doch schwieriger, als ich gedacht hab. Die Welt für einen Stein. Gut, hier ist Altgrün. Das ist doch ein Weg. Wie hat Bär Grylls mal gesagt? Wo wich ist es? Auch, äh... Zivilisation? Ich hab ne Angst. Was soll passieren? Ich mach die alle weg. Pass auf. Gleich Bär. Komm. Alter, das kann doch nicht sein. Hier kein Stein. Nichts. Da hinten. Da ist was Großes. Da ist auch was Großes. Es ist eine Sau. Die sind gefährlich. Alter, die Pflanzen kriegst du hier an Co. Aber du kriegst hier keinen Stein. Sag mal, äh... Wenn hier Schweine sind. Also wo Futter ist, sind auch Fressfeinde, ne? War doch immer so. Nur mal so angemerkt, ne? Alter, das ist doch... Das ist doch Wahnsinn, Alter. Hier. Ich sterbe hier an Steinen, oder was? Also... An keinen Steinen eher. Da. Da ist ne große Steinplatte. Ist schon die zweite, die ich finde. Kann man dies denken? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil die groß ist. Hach, hab ich mir gedacht. Aber vielleicht sollt ihr die mitnehmen. Vielleicht ist die wichtig. Ich schmeiß es immer weg, weil Holz... Besteht die Möglichkeit... Dass ich das doch eher finde, als... Diesen verdammten Stein. Ist nischt. Da! Bitte, 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 bitte. Ähm... Da ist ein scharfer Stein. Ein spitzer Stein. Ich hab jetzt einen anderen Stein. So, was soll ich nochmal machen? Ach so, das war ja ne Schippe. Wenn ich... Da brauch ich zwei so einen Spitzensteine. Ja, das bringt mir jetzt aber erstmal ja nicht, wa? Wie mach ich mir denn so einen Spitzenstein? Dann kann ich doch einfach erstmal so abmachen. Also, ich kann jetzt so einen Stein herstellen mit Sohnsteinen und normalen Stein. Und ich seh gerade, äh, wir nubbeln bald ab. Use... Use all. Gut. Essen und trinken ist wieder oben. Gut. Hab ich gemacht? So. Kann ich mir denn... Jetzt fehlt mir noch so ein Stein. Dann können wir uns eine Picke machen und ich gehe davon aus, dass wir dann doch schneller so einen Stein finden. Warte mal, den nehm ich mit. Ich hab ja jetzt was verbraucht. Verdammt nochmal, von wo bin ich gekommen? Hab ich mich gedreht? Oh mein Gott. Wo bin ich denn hier? Bitte den Kevin, äh, aus dem Kinderspielplatz abholen. Danke. Gut, da hinten ist, äh... Himmel. Ich werd mich bestimmt irgendwie gedreht haben und will da Richtung Strand laufen. Das wird schon passen. Hm. Naja. Er ist eine ganze Feuer durch die Pampa hier laufen und, äh, hat geschafft, einen Rucksack zu bauen. und ist an Steinen gescheitert. Naja. Da klackt was. Und zogt und quiekt und macht und tut. Da ist ein Baum da. Ein Baum. Der aber, äh, fast durch... Sag mal, wenn ich hier gehen kloppe, müsste ich doch eigentlich Holz kreien. Normalerweise. Aber ich penetriere... Oh doch, ich hab Holz gekriegt. Ich habe aus dem ganzen Baum... Ui, 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 ui. Alter. Das ist ja wie Seven Days damals. Holla die Weite. Haha. Ein Lok. Das ist realistisch, dass man bitte... Nicht so sammeln kann. Ich hab jetzt einen langen Stock. Mein Inventar ist voll... Naja. Wer jetzt erwartet, ne? Äh. Ja, ne? Sag mal, können wir hier eine Station bauen? Ich glaube, das war nicht mit ein bisschen Holz, aber... Hehe. Ja, da brauch ich zehn Sticks. Et löft. Ey, aber gib mal, was du damit bauen kannst. Hä, hätte ich Steine, könnte ich jetzt... Äh... Feuer. So, warte mal. Alter, wieso ich denn so... Äh, d-d-d-d-das ist ja... Das geht doch ja auch nicht. Wieso ich denn das machen? Ich find ja noch nicht mal hier eh einen Stein. Wieso ich denn zehn Stück davon kreien? Hm. Am besten ist, wenn jetzt irgendein Tier kommt und uns fressen tut. Dann würd ich jetzt sagen... Ups, tut mir aber leid. Müssen wir nochmal von vorne. Hahaha. Aber das kann doch nie sein. Ich kann doch jetzt nie sein... Das ist doch nicht euer Ernst. Ich kann doch jetzt nie an... ...det bisschen da scheitern. So, will er ein bisschen Platz freimachen hier. Er müsste ja automatisch da oben bei den... Gut. Ich will dann fach... Äh, fach frei. Aber geht doch mal. Das ist doch nicht normal. Hier ist nicht ein Eis der Stein. Also hier zu bauen könnte sich ein bisschen, äh, schwierig erweisen, weil... Ich geh davon aus... Weil ich hab auch ne Forge gesehen... ...dass du dazu Steine brauchst. Kann ja nicht das Eisen mit der Hand aufhalten. Vor allen Dingen, woher soll ich denn hier Eisen herkriegen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier in der Erde reinigen kannst. So. Hier vielleicht? Nö, hier ist auch kein Stein. Hallo! Das kann nicht sein. Ich lauf hier die ganze Zeit hier rum, um Steine zu finden, oder wat? Und finde erst mal ja nichts. Alter, das ist doch... Ist doch ein Witz, oder? Da. Ich glaube, das ist dunkel. Ui! Seht ihr? Ich bin dagegen allergisch. Entschuldigung. Holla die Weite. Okay. Das ist ne Steinplatte. Ist schon die dritte. Aber kein Stein. Also normalen Stein. Vor allen Dingen, wie ist denn das hier mit dem Trinken? So. Du bist... Haha. Wärts gedacht. Der falsche Stein. Der falsche Stein. Da. Da ist noch ein Stein. Tal der Steine, oder wat? Oh. Fasern. Was aber ein bisschen schwierig ist, weil das würde bedeuten... Hier war schon jeder. Oder Ecke. Und das wird gleich dunkel. Und nachts. Meistens kommen die Nacht. Meistens nachts. Alter, hier ist doch ideale Fläche zum Bauen, aber kein Wasser. So, warte mal. Ich muss mir erstmal wat hier zum Trinken holen. Komm her! Komm her! Dung! Erschlagen von Kokosnuss. hallo hallo nicht genügend Platz na wer hätte das gedacht äh ich klee das erstmal ab nehme das darin und ernähre mich köstlich yo hab's so, was bist denn du ich hab's gefunden und gleich zwei Stück das ist mein schönster Tag heute naja, gut ok ähm was soll ich nochmal herstellen? ne Schaufel äh, weh so ich glaube ich muss nochmal ne Folie machen ich brauche jetzt noch Holz na, das ist ja jetzt überhaupt kein Problem das kriegen wir ja, wir wissen ja jetzt wie und äh wir sind ja jetzt Profis toll, jetzt krieg ich hier noch Holz oder was? ah ne, ich kann auch hier äh Jucka das ist aber blöd krieg ich denn trotzdem Holz das würde eigentlich, äh, logisch sein, ne? na mach doch mal ein bisschen ich habe trocken Holzstöcke das ist doch ja nicht das, was ich brauche das ist doch ja nicht das, was ich haben will ach man manu gut jetzt sieht das schon wieder los oh nö gut, äh das kann doch nicht so schwer sein wir haben noch vorhin, äh, 20.000 Mal so eine Strippe gefunden hier, ist die Strippe? mach weg okay, will er nicht will er nicht gut wo bist denn du? nee, du bist Standardstein ey, hier habt ihr da viele Steine da, spitzer Stein kann ich den stacken? nee, das geht nicht aber ich kann doch da raus jetzt, äh genau crafting mhm, dann schauen wir nämlich schon mal, äh nicht das, weil da fehlt uns jetzt auch so ein Ding aber dann haben wir das irgendwann auch fertig, wisst ihr? so, ich brauche jetzt, äh Alter, hier ist doch genug Strippe einfach rindreschen, denn ist gut man, 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 man gut ich seh nicht ich seh da keinen Unterschied hm gut, ich ich versuch mal hier wieder hochzukommen und bin festgepackt ist nicht dein Ernst, oder? ey kann ich das hier wegzimmern? ich hoffe da ist Holz das, was ich haben will haha so äh, gut ich mach den auch noch weg glorreiche Aktion Kabin yay ich hab's geschafft Alter, ist ja der Wahnsinn gut, ich hab so ein Ding gefunden jetzt kann ich mir doch eine Schippe herstellen das ist aber wichtiger ich mach erstmal die Picke okay okay hab ich so, ich mach jetzt auch gleichzeitig noch ein bisschen Schnur na komm mach gut das ist auch fertig ich kann jetzt auch noch ich hoffe, dass ich das jetzt richtig mache ähm oder brauch ich da normale Steine für? da jetzt brauch ich bloß noch Holz da ich kann noch aus diesen Lockpicks kann ich da nie wenn ich da jetzt rufdrösche sind das so nicht klein und wenn ich jetzt nochmal rufdrösche ups ich soll da Stöcke rauskriegen nee, dann kriegt so was raus was ist denn das? gut, da kann ich jetzt nicht mehr rufbrühen warum auch immer ich habe sie was ist denn das? die werden kann ich die essen? ich würde jetzt alles essen nö es ist bestimmt besser ich würde sagen ich würde sagen es ist einfach besser als Hunder warte ich muss das erstmal hier wegschmeißen und dann will er drin es wird bald Nacht Alter ich habe immer noch nicht äh okay wir sollten da nie rumspringen ich mache das nochmal weg ich habe da eben so einen Knüppel gekriegt vielleicht kriege ich ja nochmal ihn dann haben wir das geschafft Alter, Alter das ist ja schwierig das ist ja boing das ist ja jetzt ein bisschen blöd ich hätte jetzt was anderes erwartet aber hey man kann nicht das bekommen was man will, wa? aber ich habe doch eben von diesen Knüppeln auch sowas gekriegt gut ich würde erstmal sagen ach hier das kann ich hoch machen das ist aber eine Pflanze ich mache das noch weg dann besorgen wir uns noch schnell mal zum trinken da ich kann eine Schippe bauen so ich habe das hochgeschafft habe ich das jetzt? ich sage jetzt nicht ich kann das nicht bauen weil das was hier nimm nimm und stob ich kann das wahrscheinlich nicht trinken äh machen weil ich nichts zum trinken habe ich kippe um ich habe Durst so äh kannst du das auch so trinken? nee das geht natürlich nicht du musst da was aus der Hand legen Alter das ist ja schlimm ist das da Jus wird immer noch eine Achtung guck was noch kommt Jus so Leute wir besorgen uns den nächsten oder warte mal das kann ich jetzt noch machen was fehlt uns jetzt noch? die Schaufel das machen wir noch irgendwie da mach Schaufel los komm hä? gut jetzt mach ich mal hier äh den hier hinpacken warum kann ich den jetzt nicht machen? ich hab doch alles ach ne ich muss ja erstmal hier Stein schleifen so jetzt äh ich verstehe nicht warum das jetzt nicht funktionieren tut über säg irgendwas ich habe das und ich hab das ich hab massiven Stein ich hab so einen Stein und ich hab ne Axt so crafting so da macht er nee warum macht er nicht er macht das nicht er tut's einfach nicht da normal hä hä was ist nun los gut okay ich mach das einfach mal äh ich weiß zwar nicht was das soll aber wenn er sagt er will das kriegt er das so wie kann ich das jetzt umschalten ich kann jetzt nicht da durch seppen er macht nämlich so ne seht er ist komisch das ist sehr sehr komisch diese Menü ist ein bisschen verwirrend warum hatten der jetzt da so blueprints gemacht und da nicht gut machen wir eben halt noch eine linie gut ich geh mal davon aus dass wir jetzt eine hammer die müssen irgendwie er bricht nicht ab ach jetzt bricht er ab so und jetzt muss ich doch einfach irgendwie den hammer genau so jo ich ich mal sagen wir haben ein paar blueprints gebaut ich kann die schaufel nicht bauen wer weiß was da jetzt nicht stimmt materialien habe ich vielleicht darf ich was nie in der hand haben oder so ich weiß nicht oder ich wie sachen ja ich wies nicht erwartet wie jen tut da ich hab alles was er braucht kann es aber nicht herstellen weil keine ahnung ich werde mich mal kurz auslocken vielleicht ist auch bloß ein pack ich hoffe dass euch gefallen ich hoffe wir sehen uns morgen nochmal wieder also bis zum nächsten mal